Hallo, ich bin Natascha Wegelin, besser bekannt als Madame Moneypenny und meine Mission ist es, Frauen in die finanzielle Unabhängigkeit zu begleiten. Und mein Appell richtet sich dementsprechend auch speziell an die Frauen der Community. Und zwar relativ kurz, kümmert euch um euer Geld. Also nehmt eure Finanzen selbst in die Hand, gebt es nicht ab, gebt es nicht irgendeinem Berater oder Bankberater oder auch nicht dem Mann und auch nicht dem Papa, sondern übernehmt wirklich die Verantwortung für eure Finanzen. Niemandem ist euer Geld so wichtig wie euch selber. Der Anfangspunkt liegt bei euch, das ist alles gar nicht so kompliziert. Am Ende macht es dann auch sogar ziemlich viel Spaß, wenn man einmal drin ist. Der erste Punkt ist einfach zu schauen, wo stehe ich eigentlich gerade, was ist mein Status quo, was habe ich, was habe ich noch nicht. Einfach mal das alles aufschreiben, vielleicht mal ein paar Monate Haus als Buch zu führen, um wirklich zu wissen, was geht rein, was geht raus. Ja und dann geht es auch schon schnell an die Börse dann, sind dann die nächsten Schritte. Und dabei wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß.